Liebe Gießener Fußballfreunde, weiter geht es in unserer Versteigerungswoche mit einem absoluten Highlight. Im dritten Interview der zweiten Staffel hatten wir Jörg Käßmann. Jörg Käßmann hat uns ein absolutes Highlight übergeben. Ein Must-Have für jeden Gladbach-Fan, wie er es selbst im Interview nannte. Jörg Käßmann hat uns ein Original-Trikot von Stefan Eckenberg überreicht, was er noch am Bögelberg getragen hat. Und auch der Bögelberg-Staub, würde ich es mal nennen, ist auf dem Trikot noch enthalten. Das ist wirklich ein absolutes Highlight, wo ihr gerne drauf versteigern könnt. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Der komplette Erlös von diesem Trikot kommt der Kindergärtsstation Piper zugute. Dann hat noch Jörg Käßmann uns seine originale Handschuhe von der Gladbacher Zeit mitgebracht. Dieses komplette Set könnt ihr ersteigern bis heute Abend 20 Uhr. Euer Gebot abgeben per Instagram, Mail, Facebook oder gerne per WhatsApp. Das Höchstgebot bekommt dieses überragende Set übergeben und der komplette Erlös kommt der Kindergärtsstation Piper in Gießen zugute. Wir freuen uns auf euer Gebot. Bis bald!